Leute, was geht? Kettcher begrüßt euch zusammen mit Octay mal wieder zu einer weiteren Folge von Don't Starve Together. Yes. Yes or no? Yes. Just show. Yeah. No, yes. Ach ja. Wo weißt du noch die alten Zeiten von GTA San Andreas? Erinnere ich mich gerade so dran. Das waren noch Zeiten. Ach, ich hab mir GTA 5 für die Xbox schon gekauft. Geil. Und ich für PC. Können wir ja bei dir spielen. Ja, am Arsch, Alter. Aber an meinem PC, da zock ich doch. Wie ich mir eiskalt schon anhören musste, ja, dein PC bringt das auch nicht. Ich hab den erst vor ein paar Monaten für 1400 Euro aufsetzen lassen, Alter. Und dann so, ja, der bringt das wahrscheinlich auch nicht. Ja, für den Arsch, Alter. Ich werd einfach zocken, ist mir egal. Also, das wird dann auch irgendwie kommen. Schaut's euch dann an. So, wir sind immer noch auf Sapling-Suche hier. So ein bisschen Flint noch auf. Aufheben. Das wächst übrigens alles nach. Nach einer Zeit. Also, Saplings hab ich ja schon ordentlich gesammelt. Na gut, hab ich auch schon elf Stück. Muss natürlich auch dran denken, nicht zu verhungern, ne. Steht ja oben. Don't Starve und so. So, zurück zum Portal. Lass mal in der Nähe vom Portal bleiben. Da starten wir nämlich immer. Und das Dumme ist, wenn einer stirbt, dann ist er weg, sozusagen, bei Don't Starve. Hab man ja gar nicht gesehen. Ja, also, beziehungsweise, es gibt zwar schon wahrscheinlich eine Möglichkeit, den wiederzubeleben, aber wir haben sie noch nicht gefunden. Was äußerst tragisch ist. So, schauen wir mal kurz. Ach, da ist das kleine Mädel. Hallo, kleines Mädchen. Ich hab sogar von Anfang an so einen Leiter. Hallo, kleines Mädchen. Ich hab einen richtigen Hasen. Und du hast einen Leiter. So, wo ist denn jetzt hier das Portal? Ey, das wird schon wieder dunkel. Ist ja unglaublich. Egal, ich hab Licht. Bleib einfach bei mir. Ich hab schon Licht. Yo. Warte, Fire Pit. Ich brauch zwölf Steine dafür. Es ist aber noch nicht komplett dunkel. Und ich hab grad wieder die Sanduhr. Also diese moderne Windows 7 Sanduhr, wenn du weißt, was ich mein. Das Dumme ist, dass man sich immer den Nickel in die Tasche aufsteckt, den man überhaupt nicht braucht. Also hier, wenn man Steine... Ja. Hast du noch Steine? Zwei Stück. Zwei Stück? Okay, ich suche eh noch ein bisschen. Hier, warte, ich dropp dir die zu. Kommst du mal ein Stück mit? Ich hab dir die dahin gedroppt, die Steine. Jo. Wohin denn? Ich hab ja eh nicht. Wohin? Ja, einfach mitkommen so kurz. Ein Stückchen. Ich versuche, möglichst gut zu laufen. Also mit dir. Mal schauen. Weiß wegen dem Licht jetzt? Ja, sicher, weil sonst sterben wir beide. Beziehungsweise, ja, Licht dann halt. Ja, hält das nicht ja noch immer? Äh, das weiß ich nicht. Steht da irgendwas von Prozent oder so? Das steht gar nichts. Ja gut, wenn da gar nichts steht, wird das... Lass mich mal bitte einsammeln. Ich geb dir das, warte, hier. Wie viel hast du? Einen, okay. Müssen wir nochmal kurz ein Stück weiter und nochmal einen. Weil dann können wir uns schon so ein Lagerfeuer bauen. Hier ist auch nochmal Flint. Ich schrafe alles. Da ist auch nochmal Flint. Ey, hier oben links ist auch nochmal Flint. Weiß ich. So, äh, wir können die Büsche auch noch kurz abernten. Kannst du auch machen. Solange es nicht dunkel wird, brauchst du noch nicht in meiner Nähe zu bleiben. Aber, äh, es wird halt langsam schon leicht gefährlich. Ja, bitte nicht alles anzünden, Alter. Die kannst du auch ins Lagerfeuer schmeißen zum Beispiel. Und dann kannst du da alles mögliche kochen, ne? Das weißt du. Okay. Also fürs Lagerfeuer sorge ich auf jeden Fall. So. Ja, äh, warte. Wir sollten lieber zusammenbleiben, aber in meiner Nähe, bitte. Danke. So, äh, lass mal hier kurz, ähm, ein Stückchen weitergehen. Vielleicht finden wir dann noch irgendwie was Nützliches. So, hier ist noch so ein Ding. Gut. Dann kann ich gleich auch direkt Werkzeuge bauen. Direkt. Auch wenn ein bisschen hier von dem Ding jetzt noch fehlt, äh, da ist noch ein bisschen. Zack, zack. Ist noch ein Stein. Jo. Warte, ich war schon mal Flint hier. So. Wie das da so steht. Hesse Suite Leiter. Okay, kommst du mit? Jo. Äh, bleib mal kurz stehen. Ich muss mal eben gucken, wie wir zum Portal zurückkommen. Okay. Einfach so in der Richtung mitkommen. Scheiße. Scheiße. Hier so zusammen zu bleiben ist fast unmöglich. Warte mal, ich warte kurz. Ah, nein, nein, nein. Komm zu mir. Ah, du bist ein Engel, Alter, dass du das gerade gemacht hast. Ey, einfach schön anzünden. Gut. So. Ach, du Scheiße. So, äh, das Ding hier, das Portal ist in der Nähe. Man kann kaum mehr was sehen. Boah, ohne Scheiße, Asche auf mein Haupt. Man sieht gar nichts mehr. Ach hier, da ist es. So. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Stückchen, 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 Stückchen. So, und jetzt können wir direkt ein Lagerfeuer bauen. Hallo. Also hab ich schon das dann an. So, ist schon an. Kannst deine Sachen kochen, wenn du willst, ne? Ach ja, ich bin immun gegen Feuer, ne? Cool. Ich nicht. Brauchst du was zu essen? Ich hab Asche gefunden. Brauchst du was zu essen oder so? Hab, ich hab 120, danke. Wie, 120? Also mein Magen ist 120 gefüllt. Ach so. Ja. Mein Gehirn 105? Was bringt das mit dem Gehirn, Alter? Das ist die geistige Umnachtung, also sozusagen. Also nicht geistig umnachtet, wie, dass man bescheuert ist. Ey, das Holz brauchen wir aber noch. Pech. Also bitte nicht alles anzünden, wenn wir ein Feuer haben. Gut. Ey, nächsten Tag. Wundervoll. So, warte mal. Das Feuer mach ich erstmal aus. Ne, ne, nicht ausmachen. Ach so, ja, das kannst du ausmachen. Lagerfeuer kann bleiben. So, jetzt werde ich erstmal hier schnell alles in mich reinstopfen. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid, ne? Ich hab noch grad paar Beeren. Okay. Ey, Alchemie, brauchst du Asche oder so? Äh, nein. Wofür sollte ich die brauchen? Keine Ahnung. So, wir müssen jetzt erstmal gleich eine Alchemie-Maschine bauen. Das übernehme ich kurz. Wenn ich die Materialien... Das ist das, Alter. Ja. Alchemie-Maschine brauchst du, um ein paar Sachen zu erfinden. Zum Beispiel? So, zum Beispiel, wenn du hier eine Luxus-Axt haben möchtest oder so. Ach nee, Alchemie-Maschine war eine andere. Das ist die, äh, Wissenschafts-Maschine, stimmt. So, wir brauchen vier Bretter. Das können wir gerne machen. Refine. Äh, Bretter. Gut. Brauche ich erstmal hier ein bisschen Holz für. Toll. Äh, ich sammle hier so ein paar Beeren und Kahotten und so. Holzkohle. Scheiße. Ey, brennt das im Feuer? Chaircoal? Holzkohle? Was? Ja, ob die Holzkohle im Feuer brennt, muss ich mal kurz gucken. Ja, das funktioniert. Kannst Holzkohle hinzufügen. Also, wenn du Bäume abbrennst, kann man die als, äh, Brennmaterial auch noch verwenden. Aber wobei, Holz funktioniert besser. Habe ich jedenfalls mal gehört. Dann sag mir das einfach, wenn ich was abfackeln soll oder so. Ja, gut. Ist ne Idee. Ey, ich kümmer mich dann hier um das Futter, ne? Ich hab schon ein paar Beeren und so gesammelt. Gut. So. Aber ich sollte mich nicht so weit entfernen, Alter. Ja, solange es bis Mitte des Tages ist und du noch zurückrennen kannst, das geht. Du hast ja wenigstens auch die Möglichkeit in der Nacht einfach mal zu überleben. Ne? Also, ich sterb da direkt. Das ist das Dumme daran. Ja, warte. Ich komm einfach mal zurück. Ich hab jetzt hier 14 Beeren. Reicht das? Ja, ne? Ja, sicher. Hab noch zwei Karotten. Um auf seine Kosten zu kommen, braucht man nur eine, if you know what I mean. Der Barisch, der das Projekt vorgeschlagen hat, dem hab ich das Video auch geschickt. Der war erstmal so richtig deprimiert, musste dann aber hinterher drüber lachen. Wir haben so viele Karottenwitze danach gemacht, ja, das glaubst du gar nicht. Ja, Junge, das ist einfach ne Ekelhafte, Alter. Ich weiß. Lass uns aber nicht genau drüber reden, was in dem Video passiert ist. Weil das könnte auch zu uns Ungunsten kommen. Angelic, bleib mal bei dir, ne? Ey, diese Hasen, die sehen aus wie so ne Mischung aus Kaninchen, also diese Kaninchen, meine ich. Die sehen aus wie ne Mischung aus Kaninchen und Käfer, irgendwie. Hast schon mal gesehen? Kaninchen und Zombie, Alter. Guck mal, wie das aussieht. Oh, die haben auch so Fühler wie so Schmetterlinge, ne? Ja, deswegen, Mischung aus Insektkäfern, also, ja, Dingens. Wegen den Fühlern, ey, Gott, wie gay sich dieses Wort anhört. Fühler, ey, wow. Oh, die Fühler. Ey, sorry, aber ist einfach so. Brauchst du was zu essen? Äh, gerade noch nicht. Brauchst du Werkzeuge? Ey, dieses Skelett hier, ne? Warte mal, ich versuche mal das zu vertonen. Wieso? Wie das so aussieht. Wieso? Ach ja. Soll ich das Feuer mal anmachen? Kannst du gerne machen. Ach nee, Holzkohle braucht man dafür, habe ich aber gerade. Äh, warte, ne Alchemie-Maschine. Könnte ich die schon bauen? Ne, ich muss erst Bretter machen. Gut, Bretter. Vier Mal. Ey, funktioniert schon, oder was? Science-Maschine, Alchemie-Maschine. Vier Bretter und sechs Gold. Gut. Ey, Angelo, wie macht man Holzkohle? Ich fackel hier mal so ein paar Bäume ab. Komm mal her. Ja, richtig. Bäume abfackeln und dann, äh, Dingens. Ich brauche aber auch noch ein bisschen Holz, ne? Ja, hier ist genug Holz, komm, hier, wo ich bin. Und wo kann man, wo kann man die Holzkohle dann einsam? Bin gerade noch zugange. So, kurz noch ne Axt und paar Bäume zerhacken. Ey, ich wette, wir kriegen das zu mir, kommt zu mir, ich habe Feuer, du nicht. Kommst du zu mir? Ich bin gerade, aber ich habe hier, ich habe hier die ganze Zeit Holzkohle über. Was das? Geil. Ja, weil, ich brauche halt noch ein bisschen Holz und wir müssen nochmal rumgehen, also, ich habe gerade Tannenzapfen bekommen. Ja, die kannst du auch ins Feuer schmeißen, wenn du willst. Wir bringen nicht großartig was, außer dass du Bäume daraus sitzen kannst, aber, äh, momentan besteht noch nicht wirklich eine Notlage, was das angeht. Ey, Angelo, mach mal hier mit Holzkohle draus. Weil das ist wichtig. Das kannst du mit, du kannst sie doch selber mitnehmen, die Holzkohle. Ja, aber ich kann, ich weiß nicht, wie man die Holzkohle macht, da kommt keine Holzkohle, das ist ja einfach eine Warp to Evergreen. Äh, also, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du einen Baum abbrennst, dann kommt Holzkohle dabei raus, also habe ich jedenfalls, also, heißt, nicht, dass man die jetzt, äh, dass die jetzt jeder einsammeln kann, aber ich weiß auch nicht, wieso du die nicht einsammeln kannst, also, warum die dir nicht erscheint, das ist. Weil da kommt ne Pinecone ab und zu, Alter, mehr nicht. Ja, dann nimm mit, kannst du auch ins Feuer werfen. So, okay, ich versuche jetzt langsam mal wieder zurückzurennen. Ja, mach, ich hab hier schon ein paar Feuer gesetzt. Ja, gut, dann werden wir das an dem Tag wahrscheinlich nicht mehr schaffen, oder in dem Part hier. Müssen wir halt im nächsten machen. Okay. Ey, guck mal, kannst du hier die Bäume ab, äh, ach so, jetzt weiß ich, was, jetzt weiß ich, was du falsch gemacht hast. Man muss die Bäume danach mit einer Axt dann umhauen. Sag ich ja, ich hab keine Axt. Kannst du ganz leicht machen. So, kannst einsammeln, wobei, lass mich mal kurz. Dann brauchst, äh, dann brauchst du diesen Platz nicht weggeben, dann hast du den immer noch frei. Egal, wir haben genug für die Nacht. So, komm mal kurz mit. Einmal hier den Boulder. Äh, kurz, dann, dann brauchen wir den noch zum Gold und so. Gut, wir haben nur vier Nuggets. Wir brauchen sechs, um die nächste Maschine zu basteln. Dann kann ich auch Goldwerkzeuge erstellen. So, aber komm erst mal mit. Wie weit ist das entfernt? Gut, dann lass uns in die Richtung gehen. So. Und hier ist halt, äh, ich kann dir kurz auch mal ganz normales Werkzeug geben. Hier ist halt unser Lagerfeuer, das werde ich jetzt wieder anmachen. Hä? Ich hab grad irgendwie so einen Prototyp hergestellt, Alter. Ich weiß. Shovel. Jo, Schaufel, genau. Ich brauch auch mal kurz eine. So, ich mach dir kurz noch ne Axt und ne Dingens hier. So, warte. Da, für, äh, nee. Warte. Und Equip, da, bitte. Kannst du dir schnappen. Damit kannst du dann, äh, gleich Bäume und so, äh, weghacken. Und Steine. Musst du einfach festhalten, so wie bei Minecraft ungefähr. Okay. Gut, vier von sechs Gold. Das heißt, wir machen das dann morgen. Äh, so. Ey, wir haben noch, wir haben noch, äh, Dingens. Wie heißt das nochmal? Was haben wir? Razor und Pitchfork gemacht. Äh, frag ich halt, was hast du gemacht, Alter? Also ne Mistgabel und Dings. Äh, Razor, keine Ahnung, was das ist. So wichtig ist das gerade noch nicht. So, was können wir denn schon mal basteln? Ne Farm könnten wir irgendwie auch mal machen bei Gelegenheit. Wir warten erstmal, bis nächster Tag ist. Ja. Boah, davon wird man irgendwie müde, wenn man da spielt. Und wenn's dann immer nachts wird. Weißt du, was ich mein? Ja. Das ist so richtig unnötig. Ja. Hey, es wird wieder Tag. Gay. Hahaha. So. Ich bin mal kurz auf einer Suche, ne? Ok. Ok. Haha, ok. Nö. So, Pick up Rocks. Wird mal Zeit, dass wir die aufheben. Pickberrybush. Okay, nimmt mal mit hier. Wird mal langsam Zeit. ich mache uns ein bisschen kohle alter ja klar kohle 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 trallala so wir sind schon wieder am ende des fahrt sich gerade leider in diesem sinne euer ketter und euer octay sagen mit den fingern die ich nicht mehr kontrollieren kann sie wollen mich aufhören ich kann mich hat sie bei uns wieder und lustig was zum gespielt tschüss